Wir nutzen schon jeden Fetzen aus. Barbarossa, ihr lauft zu schnell, aber die Sonne ist noch schneller. Wie weit ist es noch Barbarossa? Die North Bay und die Wahrheit liegen direkt hinter diesem Hügel. Sie sind noch da. Ja. Und ich hätte Habana einnehmen können. Ist das wieder ein neuer Trick, um Salcedo zu schützen? Oh nein, Barbarossa, ich bitte euch, glaubt mir. Wenn ihr lügt, mache ich aus Habana ein Epitaph auf die Dummheit aller Männer, die je den Worten einer Frau geglaubt haben. Sieh nur, Barbarossa! Sieh nur, die Spanier! Die Flotte ist noch da. Mit einem Rast von Mannschaft. Es wird nicht schwierig sein, sie zurückzuerobern. Männer und Kanonen, dort auf der Hügelkette. Barbarossa und Alida. Sie hat ihn gewarnt und zum Rückzug aus Habana geraten. Ihr wusstet, dass er Habana angreift und habt uns nicht gewarnt? Meine Pläne und Gründe gehen nur mich was an, Kapitän. Zügelt eure Zunge oder ich lasse euch in Ketten legen. Wir dürfen nicht riskieren, dass Barbarossa an Bord seiner Schiffe gelangt. Richtet die Kanonen auf den Weg entlang der Küste und gebt das Zeichen, alle Schiffe zu versenken, die in der Bucht sind. Signal an die Flotte. Eröffnet das Feuer. Aye, aye, Captain. Feuer! Eröffnet das Feuer. Unsere Schiffe. Sie versenken alle unsere Schiffe. Zu spät. Ich hab versagt, meine Warnung kam zu spät. Für unsere Flotte war es zu spät, aber nicht für mein Vertrauen in euch. Ihr habt mich nicht beloben. Könnt ihr meine Zweifel an euch verzeihen? Barbarossa, was können wir tun? Soll ich den Rückzug befehlen? Nein. Die einzige Chance zu entkommen ist hier über die See. Ja, aber wenn wir umkehren, wenn wir umkehren nach Havanna, dort im Hafen waren Handelsschiffe. Die Garnison von Havanna hat inzwischen bestimmt Verstärkung erhalten. Und wir hätten Salcidos 1500 Mann im Rücken. Welche Hoffnung gibt es da noch? Nur seinen blinden Hass, das Verlangen Rache an mir zu nehmen. Hoffentlich teilt ihn das in unsere Hände. Gehen wir zum Strand. Meine Herren, ich habe Barbarossas Flotte zerstört. Und nun vernichte ich Barbarossa. Schafft jeden kampffähigen Mann und meine ganze Artillerie an Lauf. Jawohl. Wir werden diese Mörderbande restlos erledigen. Gehen wir nach links. Schneller! Treib die Männer vorwärts, schnell! Haltet die Augen offen, jeder von euch! Das sind ja hunderte von ihnen. Je mehr von ihnen verbatet gehen, desto besser unsere Chancen. Männer, verteilt euch! Die letzte Ladung ist von Bord. Postiert diese Männer als Wachen am Strand? Ja. Unsere Truppen sind in Stellung, wir befohlen. Schickt Patrouillen aus. Meldet sofort jede Feindberührung. Jawohl. Mehr Männer darüber. Tarnt die Kanonen. Wir werden sie bald aus ihrer Deckung aufscheuchen. Sie werden nicht entkommen. Bringt mehr Pulver. Die Kanonen hierher. Sie riegeln nach allen Seiten ab. Es bleibt lediglich eine Dickwache auf den Schiffen. Wenn wir doch nur zu diesen Booten können. Am Strand sind nur etwa 20 Mann postiert. Ich weiß. Aber ein Schuss, ein Aufschrei und wir haben tausend da. Passt gut auf, Männer, während ich Meldo mache. Herr, wir haben sie aufgespürt. Wo? Im Dickicht, etwa 100 Meter von hier an den Hügeln. Gut. Meldet es weiter. Aufstellung und Abmarsch in einer Linie. Ja. Zurück, Männer. Zurück. Zurück, Männer. Wir sind entdeckt worden von einer der Patrouillen. Ich habe keine Schüsse gehört. Sie haben sich zurückgezogen. Ihr Anführer erstattet Meldung. Das bedeutet das Ende, nicht wahr? Sie kommen! Nach dieser Lichtung gehen wir einzeln. Einer nach dem anderen und bewegt euch leise. Ein Geschick wie vom Himmel gefallen. Ramon, Pablo, kommt, Männer. Ramon, Pablo, kommt, Männer. Ihr wisst, was zu tun ist. Ja. Wer hat hier das Kommando? Das habe ich. Wir sind die Ablösung. Meldet euch auf dem Hügel bei Kapitän Salcedos. Sofort. Aufstehen zum Abmarsch Richtung Hügel. Etwas plötzlich. Vorwärts. Back mir. Ich will Barbarossa, bevor wir angreifen, völlig einkreisen. Jawohl. Vorwärts, Männer, vorwärts. Doch, direkt vor uns. Strandwache meldet sich zur Stelle. Wer hat das angeordnet? Soll das bedeuten, dass die Boote unter Bewachung sind? Aber der Kapitän der Garnison hat uns doch herbeordert. Welcher Kapitän? Das ist ein Trick. Los zum Strand. Geht Alarm. Los drauf. Vorwärts. Pass gut aufs Lauf. Pass gut aufs Lauf. Untertitelung. BR 2018 An die Kanonen laufen. Feuer! 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 Unsere eigene Flotte schießen auf uns. Sind die verrückt? Piraten! Barbarossas Piraten! Auf meinen Schiffen! Sie stehlen meine Flotte! Ihr habt es gesehen, Kapitän Salcedo. Den Preis der Niederlage, Kapitän? Nein, Senor. Den Preis für Verraten und Treulosigkeit. Ihr wart bereit, Havanna aus persönlichen Rachegelüsten zu opfern. Ich verhafte euch im Namen des Königs. Los, abführen! Den Ausdruck auf Salcedos Gesicht würde ich gerne sehen, wenn er erklären muss, wie ihm die gesamte spanische Flotte abhanden gekommen ist. Was könnte er sagen? Euer Exzellenz, ich glaube, ich habe die Flotte verloren. Ich hatte sie dort am Rande des Ozeans zurückgelassen und als ich mich umsah, war sie weg. Welchen Kurs soll ich setzen, Barbarossa? Tortuga schlage ich vor. Nein, Barbarossa, dort werden wir niemals frei sein. Ich habe von einem Land im Nord-Nord-West gehört. Es nimmt alle Menschen auf, die frei sein wollen. Es heißt Amerika. Setz den Kurs, Kapitän. Ei, ei! Neuer Kurs, Nord-Nord-West!